Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, da bin ich wieder. Mir geht's weiter, es geht wieder gut. Blinddarm ist weg und ja, es wird. Auf jeden Fall ist es wieder so gut, dass ich ein bisschen was machen kann. Und naja, passt schon, wie die beiden hier unten so sagen. Ja, der Black Friday ist jetzt auch wieder vorbei, auch die Black Friday Wochen. Aber beim Cypher-Trainer, habt ihr ja gelesen, die Angebote, die er hat, gehen noch bis 31.12.2023. Das heißt, im Endeffekt habt ihr noch genug Zeit, um euch eine neue Game of Armored Combat Box zu kaufen oder die Alpha-Strike Box, die zum Beispiel dort mit im Angebot sind. Ein paar Lens-Packs und Clan-Packs mit im Angebot. Ihr habt auch noch den Pro-Lieferation-Zyklus, den Pro-Lieferations-Zyklus noch im Angebot, auch beim Sven. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der noch in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Was ihr natürlich bei mir jetzt noch nicht seht, sind die neuen exklusiven Mechs. Ja, da bin ich etwas am Überlegen, weil die Stormcrow zum Beispiel, das soll irgendwas mit im Arm sein. Aber grundsätzlich, naja, ich weiß nicht. Und nochmal ein Rifleman zusätzlich. Ich weiß bald gar nicht mehr, was ich mit den Mechs hier machen soll. Ihr wisst ja selber, der Kickstarter Mercenaries kommt ja dann auch noch. Da hat man dann wieder so einen Haufen Zeugs. Cooler wäre gewesen, wenn dieses Mac Command gekommen wäre oder dieses Battletech Command, wie das heißt. Also da hätte ich mich noch drauf gefreut und noch eingelassen, das Geld auszugeben und mir das zu holen. So, weiß ich jetzt erstmal noch nicht, was ich mache. Ich lasse noch ein bisschen alles pausieren. Mal schauen, vielleicht hole ich mir diese noch was oder auch nicht. Es kommt darauf an, wie es klappt. Auch vor allen Dingen finanziell, weil ihr wisst ja selber, was meine Frau angestellt hatte. Das hatte ich ja vor meiner OP mal gesagt. Ja, war nix Stimmes. Hat sie ja gut gemeint. Weitere Sachen sind jetzt hier auch erstmal nicht großartig geplant. Ihr wisst ja selber, Weihnachten ist ja auch nicht mehr so lange hin. Jetzt haben wir hier gleich den ersten Advent diese Woche. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich, salopp gesagt, nur ein klein wenig noch vor sich hierhin plätschern. Aber es sind noch ein paar Sachen geplant. Zum Beispiel nächste Woche möchte ich gerne euch die Rekordsheets endlich mal vorstellen. Ich habe da meinen Fehler korrigiert. Natürlich kennt ihr sie, aber es kam ja mal die Frage, ob ich das da nochmal kurz erklären könnte. Das mache ich natürlich gern. Ich hoffe, dass ich gut vorbereitet bin und meine Fehler wirklich alle ausgemärzt habe, die ich dort hatte. Gut, dann möchte ich auch sehr gern noch eine Verlosung machen. Die wird dann am 6.12. stattfinden. Dazu kommen wir dann hier gleich. Kommen wir gleich hier dazu? Ja, sowas in der Art. Tja, und mal schauen, was ich hier noch so hinbekomme. Noch einen kleinen Rückblick, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich mich ja noch von euch dann verabschieden, kurz vor Weihnachten. Im Endeffekt, wenn man es so hoch rechnet, sind das gerade mal noch 3, 4 Videos, die ich hier mache. Und dann ist das ja schon wieder um. Also die Zeit, die vergeht echt ziemlich schnell. Mehr kann ich euch eigentlich erst einmal nicht sagen. Es gibt gewisse Sachen, die ich gern noch machen möchte, auch für nächster Plane. Ich möchte es zum Beispiel gern mal probieren, ob Aces auf Hexfeld geht. Also nicht auf Hexfeld, sondern per normalen Battletech-Regeln. Sollte eigentlich funktionieren, weil das ja eigentlich nur diese KI-Steuerung ist. Ich möchte gern noch mal ein Spiel machen mit ganz normalen Battletech-Regeln. Ist soweit fertig, muss ich aber noch mal gegenchecken und korrigieren. Dann wisst ihr selber, was noch alles kommt zu den Kleinigkeiten, die man gern noch mal machen möchte. Auch Hardware, das ist jetzt ganz schön ins Hintertreffen gekommen. Vor allen Dingen auch dadurch, dass eben halt noch nicht ganz so klar ist, wie es nächstes Jahr weitergeht. Fakt ist wohl, oder besser gesagt, das habe ich euch ja schon gesagt, dass Hardware und die Miniaturen wohl weitergehen. So in ihrer Form in etwa, wie es jetzt ist. Aber dazu habe ich noch keine Infos und da werden wir mal schauen, wie das dann richtig weitergeht. Der Rest wahrscheinlich, oder besser gesagt, beim Rest sieht es so aus. Als wenn die Lizenzen alle weg sind und aufgelöst wurden. Die Retrobots bekommen wir weiter noch bei Benaday 3D. Meine sind in Arbeit, leider noch nicht ganz fertig, sonst hätte ich sie euch heute hier mal zeigen können, die ich von ihm bekommen hatte. Die sind ja jetzt noch, ja, beim Bemalen. Ja, wie gesagt, der Blinddarm, der war überhaupt nicht geplant. Okay, so, lange Rede, kurzer Sinn. Gut, kommen wir jetzt noch zu diesen drei Sachen. Das ist dann schlicht und ergreifend halt noch eine kleine Nikolaus-Weihnachtsverlosung, die ich noch machen möchte. Sozusagen als Dankeschön, weil ihr mir folgt hier auf diesem Kanal, weil ihr meine Videos aufruft. Und ja, das ist eben halt quasi, wie fast gesagt, wie üblich, eine kleine Herzensangelegenheit. Ich habe hier drei Sachen für euch ausgesucht, und zwar die Urban MacLens. Das war jetzt ein bisschen komisch, ich glaube nicht richtig formuliert. Die Urban MacLens. Dann hätten wir hier noch den klaren Commandster und das Alpha Strike Counters Pack. Das könnt ihr hier gewinnen. Und zwar habt ihr jetzt die Zeit bis zum Sonntag, dem 1. Advent, 12 Uhr. Also diese Woche Sonntag. Tickert da ganz einfach ein, dass ihr mitmachen möchtet, dass ihr gewinnen möchtet. Und die Verlosung findet dann zum Nikolaustag am 6.12. statt. Ja, das wäre dann quasi, wie gesagt, nochmal mein Dankeschön an euch. Gut, das war es dann von diesem Video. Eins möchte ich noch anmerken. Ich habe ja unten in der Beschreibung noch so einen Link zum Spreadshop. Wenn ihr da was vielleicht findet, könnt ihr es gerne kaufen. Das sind so unterschiedliche Sachen mit meinem kleinen Logo. Und naja, vielleicht interessiert es euch. Tassen, Beutel, Hoodies, keine Ahnung. Das ist jetzt quasi nur mal so. Ja, ich habe es jetzt mal erstellt gehabt, weil es mich mal interessiert hat. Und da bin ich mal auch gespannt, ob da überhaupt was geht. Also das wäre noch so eine kleine Anmerkung dazu. Gut, dann ist jetzt hier endgültig Schluss. Ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und wir sehen uns auch nicht bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bye, bye, sagt eure Ulrich. Macht's gut, Leute.